Hier präsentieren wir die 5 besten Geflügelscheren Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Tanzung Küchenschere 9,5 Zoll Geflügelschere. Nach Angaben des Herstellers eignet sich dieser Artikel sowohl für Links- als auch für Rechtshänder. Dank des ergonomisch geformten Griffs ist die noch viel längere Arbeit sehr einfach und schmerzlos. Der Vorteil ist, dass der Griff der Schere aus Kunststoff besteht, da er sehr leicht zu reinigen und auch leicht ist. Diese Schere verfügt über einen Knochenbrecher, der unglaublich sicher ist. Dank der intelligenten Bauweise haben Sie auch die Alternative, Container mit dem Hausgerät zu öffnen. Nach der Verwendung des Artikels können Sie ihn in der Spülscheibe reinigen. Nummer 4. WMF Geflügelschere mit integriertem Knochenbrecher 23 cm. Diese Schere für Geflügel sind aus Kunststoff und auch Edelstahl. Während die Klinge aus Chromargan Edelstahl gefertigt ist, ist die Pflege aus Kunststoff. Die ergonomisch geformte Pflege erleichtert die Zusammenarbeit mit dieser Schere. Wie einige vergleichbare Versionen hat auch dieses Hausgerät einen aufgebrachten Knochenbrecher. Zusammen mit dem Knochenbrecher erleichtert die gekrönte Klinge zusätzlich die Zusammenarbeit mit der Schere. Das Sicherheitsschloss am Artikel verriegelte die Schere nach Gebrauchen sicher. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. WESMARK Geflügelschere 13.712.260 Diese würdige Schere besteht aus einem Stück Edelstahl und hat daher eine lange Lebensdauer. Es hat eine 7 cm Klinge, die optimal zum Schneiden von Geflügel ist. Die Scherenklingen sind ebenfalls etwas verzahnt, weshalb Sie sogar Knochen schneiden können. Mit der flexiblen Schraube können Sie die Beanspruchung der Klinge ändern. So können Sie viel flexibler arbeiten. Durch die Barsperre haben Sie eine geringe Verletzungsgefahr bei der Zusammenarbeit mit dieser Schere. Nummer 2. Neustanlo Edelstahl Inox Scharf Geflügelschere Diese Hühnerschere enthält zwei Komponenten. Die Pflegebedürftigen sind stark an die Schere geschraubt und halten sich daher trotz häufiger Tonnen gut. Da es sich um ein Edelstahlprodukt handelt, können Sie es in der Spülscheibe reinigen. Es gibt eine Feder in der eingestellten Schraube, die auch das Reduzieren viel einfacher macht. Darüber hinaus profitieren die Verbraucher von den ergonomischen Managements, die auch das Handling maximieren. Mit einem Gewicht von 240 Gramm sind diese Scheren durchschnittlich. Und die Nummer 1 unserer Liste. My Basics Geflügelschere aus Edelstahl Diese Schere ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Folglich zeigt es sich als langlebig und rostfrei. Dank des implementierten Knochenbrechers ist auch die Reduzierung von Geflügel einfacher. Wie die meisten Hühnerscheren ist auch diese 25 cm lang. Es gibt ein Riegelschloss am Griff, das es viel sicherer macht zu arbeiten. Dank des Frühjahrsmechanismus benötigen Sie wenig Druck, um das Haushaltsgerät nutzen zu können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.